Musik Penalty schießen mit 2 zu 3. Erste Spielminute von beiden Mannschaften, jeweils ein Spieler auf der Strafbank. Schöner Angriff, der Villacher heute im Blau von rechts nach links und dann der Konter über die linke Seite. Und das ist Adam Neglic nach dem Solo, auch das 1 zu 0.